Bereit oder nicht? Heute starten wir mit Diddy Kong hier durch. In der letzten Folge haben wir Donkey Kongs Party abgeschlossen und schauen wir mal was Diddy hier alles in der ersten Welt von Donkey Kong 64 alles erreichen kann. Das war doch mal ein schöner Anfang, ne? Ich hab mir keine Mühe gegeben. Okay. So. Was wir direkt machen können hier oben. Oh nein. Dieser Baum. Ich hasse ihn. Beziehungsweise Palme oder was auch immer das da führen soll. Ihr wisst, die letzte Folge, Anfang der letzten Folge. Ah, jetzt geht's. Ich bin da immer rausgeschmissen worden, wenn ich den Baum hochgeklettert bin. Au! Was soll das denn? Da machen wir. Laufen wir gerade die gleiche Route ab wie bei Donkey Kong. Bäh. Ja gut, da kann ich jetzt gerade rein. Ah! So, hier ist auch direkt die Blaupause. Fällt auf, ich hab Donkies Blaupause gar nicht. Wo ist denn Donkies Blaupause? Fällt mir jetzt auf, ich hab die überhaupt nicht. Das kann doch nicht sein. Ich kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern, wo die ist. Oh Gott, schwimmt der so schnell, eh. Sag mal hier auch noch was. Ja. Die ersten drei Münzen. Ne, die sind gar nicht mal die ersten drei. Die zweiten drei sind es schon. So, dann gehen wir gerade hier hinten hoch. So. Aber wo ist Donkies Blaupause? Das kann doch nicht sein. Bin ich jetzt schon blöd, oder was? Hallöchen. Wie wär's hier mit? Drei Münzen und du kriegst das Teil. Peanut Pistolen. Okay. Aber ich hab mich auch Peanut Butter. Ja, ich weiß, wie's geht. Ganz schön. Das war's. Hau ab. Ich muss putzen. Das kann ich verstehen. Okay. So, okay. Hier oben waren. Was ist das erstmal? Ist gerade irgendjemand nach Hause gekommen oder was war das für ein Geräusche? Keine Ahnung. da ist nichts drin die die da willst du auch glaube ich gar nicht mehr rein was was die denn los der eingang der mieten bau oder so ist das keine ahnung hier los vielleicht sollte ich erst bei cranky vorbeischauen wenn du das sagst dann machen wir das mal ich stehe schon das ist hier nichts so hier ist neid der weiß bescheid ok ich war es ich spring hier oder auch gott ja das war mal wieder wunderbar ich bin mal hoch hier ich gehe erstmal wieder anfang zurück weil da ist nämlich auch noch was so treffe ich den balancen hier doch das war ja ich muss da jetzt kommen oh gott der bieber ist tot bieber tot so da ist tiny alles was wir denken da ist der boss der kommt aus dem boden raus verdammt ein geschenk der hölle was sind da für geräusche meine katze schnarcht im schlaf da habe ich dich noch ich kann mal speichern ne haben wir noch nicht hä wo ach hier stimmt hier bin ich ja gar nicht lang gegangen ich bin aus dem dommiest tinnies früher habe ich ja immer verstanden sprite das getränk so ja alles wird so ja gut dann gehen wir jetzt mal zu cranky schau und schau immer was der so für uns hat das ist ja nicht immer ich freue mich nicht dass ich da bin so sonst ist hier nichts mehr ne ne ok hätte ich euch den potter verwenden können hallöchen so so sehr ich habe einen weiteren drang im angebot auch wenn es eigentlich der erste ist schimmschuhrempler bewegung perspektive was du hast du auf starke schultern halte z gedrückt und drücke b eigentlich ist zu schade für dich die die warum wer geht es nicht hau ab warum hat der eigentlich einen schwertfisch an der wand hängen also ein sklisch von schwertfisch schimmschuhrempler oh gott ganz ruhig so wir haben schon über die hälfte ich glaube das ist jetzt auf zeit ne ach genau ooooh aha das bei funky komm dicht 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 äh geht doch da lang oh nein ey du bist so dumm weißt du das aber ich habe es natürlich trotzdem noch oh nein ey was machst du wie umständlich mache ich das eigentlich gar nicht ich hätte einfach da hinten hoch rennen können okay so die zweite so dann gehen wir jetzt wieder da hoch oh gott ah ach sehr gut sehr gut ein termitenameisenbau keine ahnung oh gott babe bieber bieber oh ein bieber das ist der kleine bieberputzelmann wie ging das nicht keine ahnung okay da ist ein bieberputzelmann in unserem da putzt ein bieberputzelmann in unserem nach haus herum ich weiß es nicht ey was machst du denn ich will doch nur da hoch die können ja gar keinen doppel sprachen das können die später nur teilen der bieber aus der hölle er ist zurück oh gott ich will dass ich da runterfalle und ich habe nicht auf die falsche tasse gedrückt die die packte doch wieder weg ich will doch mal nach da wenn man sich da einfach rumtritt dann macht ihr erstmal einen halben moonwalk hallo geh doch da hoch jetzt du affe ja das ist ja wirklich ein affe bleib stehen guten morgen ich hoffe du hattest einen wunderschönen tagesbeginn denn das hier war es mit deinem Tag fuck okay okay oh oh dieser bieber Was machst du denn? Geh jetzt so hier hoch. Oh nein. Geh hier hoch, du Affen. Affen los. So, den Schalter. Den hasse ich. Oh Gott. Hallo. Oh nein. Er sieht mich nicht. Oh nein. Lass mich doch hier raus. Okay. Wir haben unsere Bananenmedaille. Ist hier noch irgendwas? Wie war das, Sir? Und Sie? Haben Sie noch was zu sagen? Ey, wo haben Sie die Orangen her? Essen Sie lieber Bananen. Die sind sehr köstlich. So, hier muss ich irgendeinen Schalter drücken. Der ist ja draußen. Hallo, Sir. Haben Sie einen guten Start in den guten... Einen guten Start in den Morgen? Der Teller, der Morgen macht den Tag. Hallo. Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Das hört sich an, als ob das verstopft wäre. Ey, wo kommen die denn wieder her? Wieder ein Geschenk aus der Hölle, oder was? Tschüssi. Tschüssi. Ich gehe mal her. Sorry, dass es gerade kurz geleckt hat. Falls es überhaupt geleckt hat, denn hier wird es ja nur angezeigt. So, was ist das denn jetzt? Oh nein. Hör zu, Dini. Wir haben ja 50 Münzen bei dieser erholsamen Fahrt. Erholsam. Sehr erholsam. Um eine goldene Bananen zu bekommen. Benutze den Joystick, um zu beschleunigen, abzubremsen und nach links oder rechts zu greifen. Ich drücke A, um zu springen. Vorsicht von den anderen Lohren und den TNT-Landungen. Ladungen. Öffu. Opa. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. euer wie viel auch das w Was soll denn das hier? Ey! Tschüssi! Oh nein! Okay, aber ich habe es geschafft! 66 Ah! Prima! Was? Ich habe die Banane gewonnen! Sehr gut! Jetzt bin ich hier unten, ey! Was soll das denn? Ich muss nur noch meine Banane oben abholen! Dann noch kurz mit Donkey! Okay! Ach komm, das machen wir gerade! Lach nur, du Lacher! Lacher! Ugh! Ich mache sogar noch seine Geräusche nach! Hallo, Sir! Ah nein! sehr schön sind wir jetzt hier zu 100 prozent fertig nee wir müssen die blau ob das noch abgeben nee das machen wir eigentlich nicht das machen wir am schluss danke schön so nein Hilfe! Hilfe! Help! Help! So. Wieder einmal den Schalter drücken. Jetzt muss ich ganz hoch. Weh, die Banane ist nicht mehr da. Das ist mir schon mal passiert. Oh, na, na. Ey, lass mich hoch! Sehr gut. Okay. Freunde, wir sind fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Post besiegen und dann war es das mit der Welt. Also ja, klar, wir müssen später nochmal zurück mit den anderen drei. Das machen wir natürlich auch noch. Das machen wir nach der dritten Welt. Nach der dritten Welt. Ich bin mit dir noch gar nicht fertig. Ich hab gar nicht auf seine Bananen geschaut. Was vergesse ich denn hier noch alles? Wie viel braucht ihr denn? Noch 15! Gott, da fehlt dir noch ein bisschen was. Ah, die sind doch alle hier oben, oder? Ach, ich hab' wie viel hier oben da drin 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 drin. Ich hab' die Hände arbeit von mir draußen. Ich hab' das schon mal wieder neu zu Mobile drin drin- Ich hab' das schon mal wieder neu zuать. Ich hab' das schon mal wieder... Ich hab' auch mal wieder nachher. Ich hab' den Fall nicht zusammen, du so her anwerben. Ja, ich hab' das schon mal wieder zu sein. ¿Ich hab' das schon mal wieder zu Hause? Ich hab' das schon mal wieder nach vorne drin drin drin? es kann es mal öfters passiert wir schauen wir noch mal auf der anderen es kann es sein jetzt da oben das ist doch jetzt nicht wahr müssen doch auf irgendein baum sein das kann doch nicht sein hier oben war keine das weiß ich das gibt es doch nicht wo ist denn die banane was soll das das kann jetzt nicht sein vergessen oder was jetzt wird überhaupt keinen sinn machen vielleicht hier oben hier sind später junkies bananen wasser das kann jetzt nicht sein kann ja nur noch hier draußen sein ich habe mich eingesammelt das sind auch keine was ist denn nicht wahr wo sind denn die die können ja eigentlich nur noch im Tempel sein oder habe ich ja unten hier irgendeine Welt übersehen hier ist nichts mehr das ist doch nicht wahr ganz am anfang nee ich glaube es nicht wer läuft denn nochmal so weit zurück so dankeschön jetzt gehe ich aber auch gerade hier vorne zum bus also freunde in der nächsten folge boss time ich gehe schon mal da rein weil wir müssen ja bananen dort abgeben guten tag die wir helfen dir gerne weiter aber es gibt ein problem ich kann den schlüssel über meinem kopf nicht erreichen weil ich viel zu fett bin ich schätze dass ich zu viel gefressen habe mein kumpel skorff dahinten hat nicht so viel gefressen aber der hat auch ein kleines gewichtsproblem aber der kann es ausgleichen aber wenn du wenn du was für den hättest ja dann wäre er noch fetter und dann sind wir beide fette nach uns sind wir ich werde gleich fett damit ich auch noch da an den schlüssel kommen das mache ich doch gerne so aber mit donkey mit 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 Und wer ist es? Es ist das Fragezeichen. Nein, es ist Donkey. Was ist hier los? Freunde, da werden wir in der nächsten Folge reingehen. Also sehr gespannt auf die nächste Folge. Donkey Kong 64. Bis dann und rein und ciao.